Willkommen im Waisenhaus, Patricia. Wo ist meine Mami und mein Papi? Deine Eltern sind jetzt an einem schönen Ort und von dort passen sie auf dich auf. Okay. Du wohnst jetzt erstmal hier. Sind hier noch andere Kinder? Nein! Äh, zur Zeit nicht. Du bist alleine hier. Ich bin natürlich auch da. Kommen wir bald noch andere Kinder zum Spielen? Nein, erstmal nicht, Patricia. Aber mir ist so langweilig. Ich bin so langweilig. Patricia, bitte male etwas oder so. Hallo? Spiel mit uns, spiel mit uns. Oh ja. Patricia, kommst du mal bitte? Du hast doch gesagt, hier in Waisenhaus sind keine andere Kinder. Aber hier sind andere Kinder. Patricia, es reicht. Geh sofort ins Bett. Spiel mit uns, spiel mit uns. Seid ihr wirklich echt? Ja, komm zu uns, spiel. Oh ja. Patricia?